Und dann... Ah! Jesus! Wo ist er denn, heiliger? Manta! Wir lassen ihn nicht weiter. 3, 2, 1, 2, 3. Willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben den Boss gelegt. Ähm... Oh, hier werd ich nicht hochkommen. Ah ne, hier bin ich hergekommen. Richtig, ich erzähl dir mal was Schönes. Ich hab versucht ein neues Solo-Projekt zu starten. Oha, welches? Ich wollte eine Videoreihe machen. Hannes erster Win in Warzone. Also mein erster Solo-Win. Ich hab noch nie in Warzone. Egal ob Warzone 1, 2 oder jetzt 3. Ich hab noch nie eine Solo-Runde gewonnen. Okay. Ich hab, glaub ich, gestern Abend eine Stunde aufgenommen und heute Morgen eine Stunde aufgenommen. Es will mir nicht... Also nicht, dass ich dann nicht gewonnen hätte. Das hab ich sowieso nicht erwartet. Aber es will mir einfach nicht gelingen... Also ich hab keine Idee, wie ich das machen will. Okay. Wie ich diese Idee umsetze, weil... Ich hab erst überlegt, okay, mach ich das so wie bei uns. Dass ich das mit Clips mache und ich die ganze Runde aufnehme. Das ist aber schlecht, wenn ich zwischendurch in der Runde... Passiert ja auch ein bisschen... Passiert ja nichts, dass ich so ein bisschen Blödsinn erzähle. Das ist dann schwer zu... Schwer zu Teil mit den 40 Sekunden zurück und äh... Hast du... Das ist... Das ist stressbaulich. So... Was so zu ich dann tendieren würde, ist halt die Schweinearbeit. Richtig. Hab ich dann auch gemacht. Aber dann ist mir auch... Dann hab ich das erste... Fertig geschnitten. War ich nicht zufrieden mit. Okay. Dann hab ich mir gedacht, okay... Machst du das halt in Researchance. Ja, da passiert ein bisschen mehr. Runden sind kürz. Da kann ich zwei, drei Runden nehmen. Und dann ist das vielleicht ein bisschen... Auch ein bisschen angenehmer zu machen. Hab ich heute Morgen gemacht. Hab das heute Morgen geschnitten. War auch kacke. Mann. Ach, scheiße. Es ist halt so... Dieses... Ich hab da so ne geile Idee. Und ich weiß einfach, ob ich mich scheiße umsetzen soll. Ja, das Blöde ist, dass du halt auch einen Schwer-Progress-Bars hast und so. Ne? Natürlich wüsst du besser sicherlich. Und dies und das. Aber du hast ja jetzt nichts gehofft, die Zuarbeit nicht komplett. Das ist halt, glaub ich, so schwierig. Was halt... Was für den Prozess deutlich enteignet würde, wäre halt... Gibt's ja schon. Aber für den normalen Menschen gefühlt wieder nicht bezahlbar. Oder zumindest auf die Schwer-Progress-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars-Bars. Und dann kannst du immer diese großen Batzen wegschneiden, wo du selber nicht redest. Weil du weißt, ah, ich hab da nicht geredet, da passiert nichts Geiles. Ja. Ist halt auch manchmal schwierig, anzufangen zu reden, weil du es ja nicht so richtig prognostizieren kannst. Kommt jetzt was Geiles oder nicht? Dann ist halt das nächste Problem, was halt ein bisschen schade ist, aber das ist halt an mir. Ich bin halt auch kein guter Spieler. Also ich mach jetzt nicht eine Runde mit 20 Kills, sondern ich glaub ich hab heute 7, 7 und 8 gehabt. Was ich das jetzt auch nicht schlecht finde. Was auch, ich sag mal nicht schlecht ist, aber für ne 40 Minuten Aufnahme. Und dann hast du so, ich sag mal, vielleicht wenn der Gunfight ein bisschen länger war, 5 Minuten Gameplay. Ja. Und dann... Ah! Jesus! Wo ist er denn? Heiliger, er frisst dein Kopf. Eiß ja. Manta. Der Bruder war gerade sehr entspannt gediegen. Ich... Hilfe! Kam halt raus. Wow. Aua! Das war ein netter Jumpscare. Nice. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich auch nicht. Lüfe. Heil dich. Ich kann mich nicht heilen. Nee. Wenn man hofft, dass hier irgendwo... Ich glaub das ist... So ein Typ, der nur dann ist... Gegner sind für dich. Wenn ich mich aufladen kann. Alter. Äh ja, um nochmal aufs Thema zu kommen. Ähm... Vielleicht machst du sie einfach kürzer? Weiß ich nicht. Also wenn du sagst, du hast schon irgendwie 5 bis 10 Minuten coolen konnte. Ja, dann mach halt mal ein 5 Minuten Video oder so. Kann doch auch ganz nice sein. Was weiß ich? Weiß was mir kommt. Ich... Ich überleg mir da noch was. Ansonsten... Wenn ich irgendwie helfen kann, sagst du Bescheid. Auch wenn's irgendwelche grob Cutarbeiten sind oder so. Ich hol mir einen... Ich hol mir einen Twitter Cutter. Twitter Cutter. Ja... Ja, gibt ja diese... Diese Leute, die mal eben bei größten YouTubern eben schnell aushelfen, weil die... Ach dich! Ne, für AMA! Let's go! So... Du arbeitest keine 18 Stunden am Tag. Steck keine Link in dem Video. Schmutz! Alter, da hatte ich auch letztens so einen Ask Me Anything. Da haben die den voll zu sauer gemacht, den Abend. Da hat er gesagt, ja, das macht mir halt auch Fun und so. Ja, und dann gleich mit den Fragen. Ja, das ist ja unter Mindestlohn, wenn du das machst. Und dies und überhaupt. Alter, das ist halt irgendein... Ein jüngerer Bro, der da Bock dran hat, die Dinger zu schneiden. Und sich ne Mark dazu verdienst. Voll geil! Ich würd ja auch mit dem. Ey, ich würd ja auch einem sagen. So, hier... Ey, du... Ne... Ich würd ja nen Anficker nehmen und sagen, ey, du willst, lernst zu cutten. Hier ist mein Gameplay. Mach was draus. Du kriegst nen Zehner für das Video. Keine Ahnung. Mal schauen. Hiermit geht die, äh... Genau. Die Information raus. Tut es. Hiermit geht die offizielle Information raus. Ihr wollt lernen, Gameplay zu cutten? Warzone? Kein Problem. Meldet euch bei mir. Oder meldet euch bei uns. Äh... Wie süß. Ne? Ich weiß nicht. Ein Zehner, ein Fünfer kommt natürlich immer drauf an, was das für... Gute Arbeit. Wir werden uns schon einig. Wir werden uns schon einig. Richtig. Das ist eigentlich das beste Arbeiten, weil du kannst deine Kreativität komplett freien Lauf lassen. Ist so. Und wir sind, was das angeht, glaub ich auch sehr entspannt. Wir würden das sehr, sehr feiern, das Ergebnis. Davon geh ich zu 98% aus. Richtig. Vor allen Dingen, wenn's nicht ganz perfekt ist. Scheißegal. Die sind am Lernen. Absolut. 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 Da kommt gleich wieder so einer. Ne? Ich hab jetzt an jedem von diesen Dingern Schiss, dass da so ein scheiß Geist rauskommt. Da war ja ein Item. Das war ja so wie das Äquivalent zu den... Ach, scheiße. Wie heißt die denn bei Dark Souls? Die Scheiße. Fuck, Trun. Ich bin immer noch in diese Dreckszone. Ja. In der Tat. Boah. Ich hab' einfach zurückgelaufen. Oh, Hannes heil. Ja. Ja. Alter, jetzt kommen wir aus jedem Loch raus, du Boys. Nur die Shortcuts, das ist nice. Ja, richtig. Shortcuts, aber wofür? Okay. Jetzt bin ich hier, das ist... Ach, Mann. Nein. Du reißt uns nicht an. Und gepockt. Ja. Schon seit bestimmt drei Wochen nur krank, ne? Das ist zu nervig. Ah, nein. Äh, water. Hä? Warum stimmst du die jetzt nicht? Feiner weiß. Höchst keiner weiß. Ich hab' einfach vergessen, da den Tod zu platzieren. Da ist so ein Scheiß zu platz. Ja, das geht weg. Gut. Gute Entscheidung. Aber ich finde mittlerweile diese Umbral-Dings da ganz nice. Du kriegst halt jedes Mal so zweite Chance. Das ist so... Autsch. Jetzt bin ich hier vor dem Boss... Au! Au! Egal. Komm ich, wie ist es zu einer Tragung? Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Das geh ich. Ja, dafür mich auch. Weißt du, was nice wäre? Erzähle er. Ne fucking Karte. Ja. Ich kann dieses Mord nicht mehr sehen. Wie Mord Nutrition übrigens. So. Okay. Also. Hier hab ich den Shortcut gemacht. Das heißt, hier ist ja schon mal richtig. So, dann gehen wir hier lang. Ich bin einfach falsch abgebogen. Ich bin einfach legit falsch abgebogen. Und das sind so diese richtig, richtig traurigen Falschabbieger. Weil das nicht diese 50-50 Chancen sind. Ja. Die dich so viel Zeit kosten. Ah. Hier, vorbei. Kein Moor. Hier sind raus. Okay. Das was Rezo said. Ja. Ich bin raus. Ich frag mich, was ihn das kostet. Aber ich hatte ja Glück und es war einfach Vertragsverlängerung. Ich bin nicht dabei. Ich bin nicht dabei. Gebe mir die Gutes jetzt mal ja durch. Wenn du in der Zeit aus so vertragen vorstest. Dann wollen die aber wirklich denartig gestrachten haben. Die sind doch fechert. Ich glaub wie so hat die Mühe. Ja, aber willst du so einen Scheiß unternehmen in den Hals schmeißen? Nö, natürlich. Der hat ziemlich viel von den Kütterfüchern. Ja, und dann geben die nicht mal gut Seelen. Oh, er ist wohl. Ja, muss ich auch grad sagen, ist quasi nix. Hallo. Schön besinnen. Nimm seine Seele. Ja, doch. Okay, der war jetzt viel weniger spektakulär, als ich dachte. Ich will jetzt mal ewig einen neuen Ring gefunden. Fluchdrachenring. Strahleninfernung. Oh, ein Schild. Karl. Karl-Rat. Wenn wir nur wüssten, wo wir hin müssen. Boah, das sieht aber geil aus. Das stimmt. Ernsthaft? Der Millet. It's a trap. Ah. Okay. Zum Waffen aufwerten. Oh, die bringen wir sich gegenseitig. Das ist cool. Nee. Du brauchst aber erst den anderen Weg. Du würdest ja trotzdem die Seelen kriegen. Das wär voll geil. Müsst du eigentlich. Aber da du ja hier durchlaufen musst, um die Seelen zu bekommen. Ich will die Dark Souls. Ja, einfach okay. Fritzschlucht. Fritzschlucht. Ja. Fritzschlucht. Okay, gefällt das. Ich glaub, da gibt's noch andere. Fritzschlucht. Aufgefallen, ne? Boah, Alter. Was ist mit der Kamera los? Äh, der war aus Österreich. Warte, das war Fritzschl. Moment. Üb mir deine Seelen. Das ist einfach ein Lagerfeuerhund. Das ist Lagerfeuerhund. Das ist Lagerfeuerhund. Der beste Freund des Menschen, der Lagerfeuerhund. Komm, hast du mir, ist kalt. Oh, wow. Der war bei. Oh, ah, pfiffen, pfiffen. Alter. Heil dich. Alter. Alter. Oh, was? Der hat eine halbe HP-Nachricht. Oh, was? Oh, was hat er? Oh, du bist runtergefallen. Scheiß. Ey. Hat die Welle ihn gekillt? Das ist der? 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 Verrangenmensch. Ah, der hat ihn gekillt. Der hat gut Seelen geleben. Ja. würde auch mal langsam zeit ja und sein der mensch war auch entsprechend amtlich also die dafür sorgen dass er auf die schießen kann strahlende überlegenheit mächtig was auch da kommt gerade der müsste jetzt ungefähr bei dir sein das wird aber noch immer angenehm hängt fest sehr gut ich bin ein spook das schnabuliert doch der trägt noch was bei sich und schwert vorigen fitzroy das ist namensgeber das ist nicht gut falsch moment 19 agilität langes schwert also wieder so 1 stimmt ja und dann passiert sowas ja es ist alles das ist ja sozial alter was er nicht so als wäre ich alt mein herz schon ganz viele schläge geschlagen das war ein langer weg übrigens wieder im moor schnell weg ich kenne jetzt einfach das holen jetzt nicht alle normalen doch nicht in kiel gar kein bock äh aua Wo, wo. Mit solch ans Lagerfeuer sind das Lagerfeuer. Glied. Glied oder Glied? Beides. Haha, Glied. Auf. Äh, open, up, oh. So, schnell kann man... Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Mir steht wie wieder Reitung auf, ich bin ehrlich. Dazu verleitet das doch, oder? Nix anderes. Ich wollte dir nämlich gerade genau dasselbe vorschlagen. Hör auf mit dem Item. Oh, man. Die ganze 10 ist weg, da geh ich nicht lang. Ich geh nicht lang. Ich bitte drum. Alter, das ist wieder krass. Also ich glaube, ich weiß so... Ich glaube, ich hab mal gepackt, woran es liegt. Woran denn? Ich hab da gar nichts mitgekriegt. Die, äh... Die orangenen Pübeln, wo dieser Schein rauskommt. Ich glaub, die sind ein bisschen dicker. Okay. Also sie haben ein bisschen größeren Durchmesser. Alter Auge, die sagen das. Ich glaube. Bin mir nicht sicher. Bereust du, dass mir gerade einfällt? Nein. Komplette Ausrüstung. Aber die ist halt... Schwer. Nee. Aber der... Der ist besser. Deutlich besser. Ja. Und der Rest ist schlechter. Also nehmen wir nur den Körper dazu. Du bist jetzt schwer. Also... Ich glaube, das ist doch... Ich bin kurz vor der Belastungsgrenze. Siehst du ja. Über den Werken. Stimmt. Stimmt. Stimmt, ja. Ich finde auch das Venue hätte man ein bisschen schöner machen können. Auf jeden Fall. Das ist irgendwie so... Du wirkst aber klankiger. Weiß ich nicht. Nee. Nee. Gar nicht. Also nicht vom Schwiegefühl wieder her, sag ich mal. Okay. Das Problem ist, dass sie mich jetzt nicht in Ruhe lassen. Wenn ich in die nächsten Boy da rein renne, ne? Ja. So. Da hinten ist ja tatsächlich noch der... Oh. Die Boys. Oh. Oh no. Oh no. Hehehehe. Fisch wie die Peter. Ach was. Wirklich, ja. Die Hitbox war quasi angestreichelt. Oh, der Deutsch war sweet. Sweet. Ein Bausprachvertrag. Bitte was? Ach so. Äh, was ich dich nachfragen wollte. Ja perfekt. Äh, wir müssen ja gleich noch eine Reaction aufnehmen. Nach der Folge hier. Gerne. Äh. Länger Zeit oder nicht? Ja. Aber dann können wir Bushi gucken. Ansonsten... Oh gerne. Hätte ich noch einen... Oh, hallo Bossleiste. Oh, was ist das denn? Ja, moin. Ja, moin. Egal. Mach's alles kurz vor. Ja, fast. Ja, fast. Warum denn immer wächst doch? Ich bin schon in Breite. Ewig nie. Bravo. Oh, hallo. Wait a damn minute. Der Blitzding ist irgendwie auch... Oh, wow. Die Musik ist aber cool. Das ist richtig. Aua. Boah. Er hat einen nicen Kampfstil. Ich mag ihn. Ja. Wenn er sich nicht wieder an alles ranwarpen würde, was... Okay. Jetzt suche ich noch einen anderen. Ich habe Seiten auf Durchhaltevermögen auch geschnitten. Bei meinem Barbier. Ich bin hingegangen und habe gesagt, dass meine... Das ist meine Todesquote in Lords of the Fall. Er hat gesagt, kein Problem, wo dann war ich dir. Womit? Mit Recht. Ja. Oh, mit voller Überzeugung. Ist auch so geil. Ich habe, glaube ich, einmal in diesen ganzen Online-Studungen, bei denen ich jetzt war, habe ich... Einziges war meine Kamera von 53 Leuten angemacht. Ne? Warum? Ich habe instant die Nachricht von... Ja, weil... Einmal habe ich die angemacht. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Auf jeden Fall habe ich instant die Nachricht bekommen, das Mikrofon sieht mir noch Streaming aus. Ja, nice. Weil ich auch... Du bist ja auch... Ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich auch. Man ist der Einzige mit so einer vernünftigen Video- und Audioqualität. Ja, ja. Natürlich. Der Rest, alles ist bodenlos. Ja, bodenlos. Alle sitzen da vor ihrem iPad. Mit Kopfhörern drinnen, nicht soziert. Denke Kopfhörer auf, vernünftiges Mikrofon. Der Witz ist, wir haben ja auch firmentechnisch ein T-Bone SC420. Wenn wir mal Podcasts und so ein Zeugs aufnehmen. Aber wir haben halt wie gesagt nur eins. Bei irgendwie... 230 Arbeitskollegen. Ja, cool. Und alle anderen nutzen halt immer nur ihr Schmutz-Headset. Das ist halt nicht gut, ne? Das fand ich abrader. Auch schweine toll. Wenn wir reden kaufen, wie ist das? Aber es ist halt nur so ein Headset. Ja. Aber das merkst du dann halt auch immer. Also in der Konsequenz können wir damit keine Sachen aufnehmen, sozusagen. Also mit mehreren Leuten. Außer mit dir. Weil ich dann privat eins hab, dass ich dann anstöpsel dann meine Arbeitsdings. Das ist halt so, ne? Aber ich glaub, ne? Aber ich glaub, ne? Der Dings hat mich noch mal ein zweites bestellt. Ja, nicht mal so, als würde die Gänger die Welt kosten. Ich glaub, ja. Ey! Diese Fake-Dinger sind auch gemeinhaltig. Hat Geflügerfakt ein bisschen was mit ihm gemacht, ne? Dieses Seelenabsaugen im Blauenfall. Ja. Hilfe. Er hat ein ganz komisches... Pattern, ne? Ja, was heißt Pattern? Normalerweise ist es so, wenn du... Bei einem Schlag ausweist, trifft er dich nur... Also zumindest, ne? Bei Elden Ring und Dark Souls. Wenn er einen richtigen Schwinger macht. Und wenn du dann zum Beispiel in den Reihen rollst, nach rechts. Und er schwingt von links nach rechts. Und erwischt dich dann bei rechts nach dem Frame. Bei ihm ist das so, er dreht sich mit. Wenn du zu früh rollst. Und das Timing muss ich noch rauskriegen. Ist egal. Machen wir nächstes Mal. In dem Sinne. Haut rein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.